21, 22, 23, 24, 25 21, 22, 23, 24, 25 Hallo, da! Ja, ich werde warten. Alex, wie war es hier? Schon gut, Sie werden nicht einmal merken, dass ich hier bin. War ich eine so große Belastung? Ach, also dann los! Regnen Sie, Herr Wacht, ich rieche. Weiter gehe ich nicht. Warum haben Sie bloß nicht auf mich gehört? Wir haben versucht, Sie zu warnen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals eine Resonanzkaskade sehen würde und schon gar nicht, dass ich selbst eine verursachen würde. Freeman, Sie leben noch. Im Himmel sei Dank für diesen Schutzanzug. Ich habe Angst, ihn zu bewegen und alle Telefone sind tot. Sehen Sie zu, dass Sie so schnell wie möglich an die Oberfläche kommen und sagen Sie irgendjemandem, dass wir hier unten festsitzen. Sie werden mich brauchen, um die Retina-Scanner zu aktivieren und auch der Rest des Teams wird Ihnen mit Freude helfen, da bin ich mir ganz sicher. Ich hatte so einen Verdacht, dass das passieren könnte, aber der Verwaltungschef wollte einfach nicht zuhören. Faszinierend. Das ist so, was es geben könnte. Wahnsinn! Man schaue sich nur mal diese merkwürdigen Sachen an. Zugang verweigert! Zugang verweigert! Also, dann los! Zugang verweigert! Musik Musik う Musik Ah! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Und warum tragen Sie die Uniform vom Wissenschaftler-Team? Alles klar. Ab durch die Mitte. Das war's für heute. Ich hab einen erwischt. Das war's für heute. Das war's für heute. 25 Energie jetzt auf 40%. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.